Die Heuchelstie ist meine Autorin zum Himmel. Je öfter wir sie anfangen, desto ähnlicher werden wir, Jesus. Je heuchelstie ist meine Autorin zum Himmel. Je öfter wir sie anfangen, desto ähnlicher werden wir, Jesus. Er ist da im Wort des Lebens, das uns die Wahrheit sagt. Je heuchelstie ist meine Autorin zum Himmel. Je öfter wir sie anfangen, desto ähnlicher werden wir, Jesus. Je heuchelstie ist meine Autorin zum Himmel. Je öfter wir sie anfangen, desto ähnlicher werden wir, Jesus. Er ist da im Bruder des Lebens, das uns auf dem Weg stellt. Er ist da im Bruder des Lebens, das uns auf dem Weg stellt. Wie öfter wir es hier anfangen, ist es nicht wieder.